drinnen und nirgendwo das ist ein tolles blieb das kann ich über diesen komischen Bot machen, oder? Ich hab keine Ahnung Slash Placenlabel Placenlabel Ja, was ist das? Ah, die ID, ID passt auf die schluch's am Ende Oh warte, 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 warte was haben wir hier? Jake hat 25, Junge kriegt endlich äh, n Dings jake hat 25, was? Ja, ich weiß nicht welche ich weiß nicht welche Zahl der da hat Ich hab ja 95 Ich hab ja 95 Es sind 85 Er ist auf Unlisted. Ich geh auf Jaycas Channel. Warte, 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 warte. Das ist auf Frontgrade eigentlich. Ja. Nee. Weil das dem Heavy ist auf Frontgrade. Ja, das ist auf Frontgrade. War es nicht? Weiß ich nicht. Nicht? Ich glaube, ich habe auf jeden Fall mal geguckt und das war dann nicht. Oh, ne. Stimmt, wenn es auf Frontgrade gewesen wäre, hätte ich es eh geplaced.